Wie der Ikaus, der zu nah an der Sonne war und abstürzt. Und trotzdem, dieses Ende bringt auch einen Anfang. Und wer aus der Tiefe wieder aufsteigt, wird geprägt. Die Prägung macht einen Charakter aus, oder macht das Leben an sich aus, weil man es tiefer, intensiver spürt. Darum ist es nicht unbedingt schlimm, wenn man mal abstürzt, sondern es gehört zum Leben dazu. Die Prägung macht einen Charakter aus, oder macht das Leben an sich aus, Nur mit aller Kraft kann ich dich enthündung sehen. Nur mit allen Kräften, werde ich am Ende zu dir übergehen. Oh, doch du sagst mir, ich soll zurückgehen, aus dem Raum erwachen und wieder aufstehen, zurück zum Leben. Ohne Flügel, die abgeschwolzen sind, ohne Sprache wie ein kleines Kind. Zu dir selbst, zu dir selbst, zu dir selbst. Nur mit aller Kraft kämpfte ich um das Leben. Und ich soll zurückgehen, aus dem Raum erwachen und wieder aufstehen. Und ich habe es geschafft, in einer anderen Welt zu schweben. Und ich soll zurückgehen, aus dem Raum erwachen und wieder aufstehen. Und ich soll zurückgehen, aus dem Raum erwachen und wieder aufstehen. Und ich soll zurückgehen, aus dem Raum erwachen und wieder aufstehen. Und ich soll zurückgehen, aus dem Raum erwachen und wieder aufstehen. Ohne Worte wie ein kleines Kind. zu dem Sein, das dich am Leben hält, zu dir selbst, zu dir selbst. Zu dir selbst, zu dir selbst. Ohne Flügel, die auf Stolzen sind, ohne Sprache wie ein kleines Kind, zu dem Sein, das dich am Leben hält, zu dir selbst, zu dir selbst. Ohne Flügel, die auf Stolzen sind, ohne Sprache wie ein kleines Kind, zu dem Sein, das dich am Leben hält, zu dir selbst, zu dir selbst. Jesus. Ohne Flügel, die auf Stolzen sind, und das dich am Leben hält, zu dir selbst. Ohne Flügel, die auf Stolzen sind, die auf Stolzen sind, die auf Stolzen sind,